hallo ihr lieben ich mache gerade mittag das wird bratkartoffeln geben habe die kartoffeln gerade aufgesetzt wenn die denn durch sind werde ich die kurz abkühlen lassen denn die scheiben in der pfanne und dann anbraten mit zwiebeln knoblauch ein bisschen käse noch mit dazu und heute abend wird es auch ein let's play geben von mir und meinem großen bruder dachte ich mache jetzt mal einen vlog lasst was von mir hören habe nur ein bisschen leichte kopfschmerzen aber das wird wohl das wetter sein bei mir ich habe auch verspannten nacken und tut mir auch weh hier ist es in halle es ist sehr windig finde ich gucke auch nebenbei ein bisschen fernsehen six sweet and easy gucke ich gerade am 28 fahre ich ja hoch zu meiner mama mit meinem freund das wird eine stressige fahrt sechs stunden weil das diese normale fahrt wie wir sonst immer gefahren gibt es dann nicht mehr da muss ich dann bis nach wittenberge von wittenberge nach berlin tief von berlin tief nach berlin hauptbahnhof und von hauptbahnhof nach hamburg das wird eine rollelei naja ich sehe ja so selten meine familie das nimmt man dann gerne in kauf ich hoffe euch geht es gut mir geht es soweit gut außerhalb diese kopfschmerzen die ich erwähnt habe ja und wie gesagt koche ich gerade die kartoffeln weil es ja bratkartoffeln gibt es bei mir heute und bei meinen freund bis dann ihr lieben ciao